Die vergangenen drei Monate, da war ich auf Diät und habe mich in eine für meine Verhältnisse ziemliche Topform gebracht. Und wie es sich für meinen Kanal gehört, habe ich dabei nicht nur eines, sondern gleich mehrere dieser Meta-Abnehm-Supplements getestet. Mit unterschiedlichsten Erfahrungen by the way. Und genau diese möchte ich mit euch in diesem Video teilen. Die Rechnung, um erfolgreich abzunehmen, ist ja relativ einfach. Ihr müsst einfach nur weniger Energie aufnehmen, als ihr verbraucht. Und wenn ihr das nicht sicherstellen könnt, dann werden euch auch die ganzen Meta-Produkte nichts helfen. Die Produkte, die lassen euch also nicht einfach so abnehmen, sondern sie sollen, zumindest der Theorie nach, vielmehr den Prozess des Abnehmens einfach angenehmer und effizienter gestalten. Die typischen Begleiterscheinungen einer Diät sind nämlich so Dinge wie ein stärkeres Verlangen nach geilem Essen, besser bekannt als Heißhunger-Attacken, ein zum Glück tatsächlich nur geringfügig abfallender Ruhe-Energie-Verbrauch und, was allerdings im Gegensatz dazu deutlich mehr zum Tragen kommt, das unbewusste Einschränken der Bewegung im Alltag. Ihr führt eurem Körper ja in dieser Phase weniger Energie zu als normal. Und das führt eben dazu, dass ihr euch insgesamt gesehen einfach etwas müder fühlt als sonst. Typisches Beispiel bei mir. Ich raffe mich und stehe vom Schreibtisch auf, um irgendwas zu machen, zum Beispiel die Blumen zu gießen. Anstatt aber genau das zu machen, habe ich mich in meiner Diät einfach nur erfolgreich von meinem Schreibtisch auf meinen Sofa bewegt, um da literally einfach gar nichts zu machen. Nur rumhängen. Und ja, in diesen Momenten hasse ich mich selbst dafür. Um also eine solche Lethargie zu vermeiden, wobei, vermeiden ist ja eigentlich der falsche Ausdruck, besser passt, zu reduzieren, werden eben seit einiger Zeit diese ganzen Meta-Supplements heiß gehandelt. Ich habe mir im Vorfeld lange überlegt, wie ich dem Thema am besten gerecht werden kann. Ursprünglich wollte ich einfach auf die ganzen Inhaltsstoffe und vor allem auch deren Studienlage eingehen. Aber das wäre halt einfach echt zäh geworden. Deswegen hier nochmal ein kurzer Überblick über die wahrscheinlich am häufigsten gesehenen Inhaltsstoffe. An erster Stelle wäre da das Synephrin zu nennen, das man in der Regel aus der Bitterorange gewinnt. Das Besondere daran ist dessen strukturelle Ähnlichkeit zu Ephedrin oder Adrenalin. Es nimmt also analog dazu Einfluss auf unsere Hormone und Neurotransmitter im Gehirn, wirkt dadurch, besonders in Kombination mit Koffein, auch sehr stimulierend und kann außerdem die Stoffwechselrate generell und insbesondere den Fettstoffwechsel steigern. Selbiges gilt auch für den Grüntee-Extrakt bzw. dem darin enthaltenen EGCG, das man in dieser Art von Supplements ebenfalls häufiger vorfindet. Bei diesen Stoffwechselversprechen bedarf es aber einer realistischen Erwartungshaltung. Ja, ihr könnt mit diesen Produkten auch in Ruhe etwas mehr Energie verbrennen, aber der Effekt ist längst nicht so groß, wie man denkt. Erwartet eher etwas so in die Richtung von einem zusätzlichen Verbrauch in Höhe von 100 Kilokalorien oder sowas. Das klingt natürlich wenig und ist ehrlich gesagt auch nicht der absolute Game-Changer in der Diät, aber es rechnet sich auf jeden Fall, wenn man das auf mehrere Tage oder gar Wochen hochrechnet. Gegen schlechte Stimmung wird dann gerne noch das 5-HTP eingesetzt. Das ist eine oral verfügbare Vorstufe von Serotonin und das kennen wir ja wiederum alle als sogenanntes Glückshormon, das uns ganz nebenbei auch noch unsere Gelüste nach Essen etwas in Zaum halten lässt. Der aber wohl für sich genommen wirkungsvollste und auch bekannteste Inhaltsstoff in diesen Supplements ist das Koffein. Das kennen wir ja alle aus Kaffee, aus Pre-Workouts oder Energy Drinks und wird dort wie auch hier eingesetzt, um uns einfach generell etwas weniger müde zu machen. Koffein ist für mich während der Diät zu einer immer wertvolleren Ressource geworden. Das Problem ist nur, dass hier mit der Zeit ein gewisser Gewöhnungseffekt eintreten kann. Heißt in der Praxis, wenn ich jeden Tag Koffein einsetze, dann werde ich irgendwann nichts mehr davon merken. Beziehungsweise eigentlich schlimmer noch, man erreicht sein Normallevel nur noch dann, wenn man Koffein einnimmt. Und spätestens dann befindet man sich in einem Koffein-Teufelskreis, der auch zu einer Sucht führen kann. Das ist im Übrigen auch der für mich generell schwierigste Punkt am Meta-Feier von Sportnahrung Engel und damit dem ersten Produkt, das ich während meiner Diät auch ausprobiert habe. Grundsätzlich war bzw. bin ich von der Wirkung ziemlich angetan, besonders das Energielevel als auch dieser hungerunterdrückende Effekt. Die sind hier echt stark ausgeprägt und haben in meinem Falle beispielsweise dafür gesorgt, dass ich, als ich meiner Nachbarin beim Umzug geholfen habe, trotz Diät derjenige in der Gruppe war, der als letztes eine Pause einlegen musste. Durch die 140 mg Koffein, die hier in einer Portion enthalten sind, würde ich dieses Produkt aber nicht als alleiniges Meta-Supplement in einer Diät empfehlen wollen. Das Meta-Feier eignet sich meiner Meinung nach eher als eine gezielte Ergänzung, wenn eben ein besonders harter Tag ansteht. So wie bei mir eben der Umzug oder beispielsweise auch ein längeres Ausdauertraining. Auf täglicher Basis kann ich es aber eben wegen des hohen Koffeingehalts so eigentlich nicht empfehlen. Erheblich weniger Koffein und eigentlich auch wissenschaftlich sinnvoll zusammengestellt ist der ESN Diet Support Pro mit unter anderem Senefrin, Grüntee-Extrakt und sogar diesem 5-HTP, das ich vorhin angesprochen habe. Genau aus diesem Grund habe ich dieses Produkt auch längere Zeit ausprobiert, habe aber besonders gemessen an dem Preis, den ESN dafür verlangt, nicht die Wirkung verspürt, die ich mir davon im Vorfeld erhofft habe. Klar sind da jetzt keine extrem pushenden Zutaten drin, aber etwas mehr Wirkung hätte ich mir davon schon versprochen. Meistens habe ich nämlich von den Kapseln echt wenig oder teilweise sogar gar nichts gespürt. Und genau das war eben auch mein Mindestanspruch an die Produkte, weswegen der Diet Support Pro bei mir auch durchgefallen ist. Anders sieht es allerdings bei den beiden letzten Produkten aus, die ich in meiner Diät ausgiebiger testen konnte, beginnend mit dem Meta-X von Vayu. Dieses Supplement ist quasi das bessere Äquivalent zum Diet Support Pro nur in Pulverform. Macht vom Prinzip her vieles ähnlich, nur in deutlich effektiver und vor allem auch ambitionierter, ohne dabei allerdings bei der Koffeinmenge mit 40 mg pro Portion sonderlich über das Ziel hinauszuschießen. Das Meta-X könnte man aufgrund seiner Wirkung auch als einen extrem koffeineffizienten Booster bezeichnen. Ihr könnt ihn allerdings auch zu einem Booster zusätzlich mixen, um wiederum dessen Wirkung nochmal deutlich zu verstärken. Da das Produkt von Vayu kommt, könnte man ja meinen, dass der Preis hier wieder alles aus dem Rahmen sprengt. Aber eigentlich ist hier sogar genau das Gegenteil der Fall. In dieser Dose hier, für genau 39 Euro, stecken 360 Gramm an Pulver. Eine Portion, die im Übrigen auch völlig ausreicht, kommt allerdings dabei nur auf 6 Gramm Pulver, weswegen in dieser einen Dose sage und schreibe 60 Portionen stecken. Das entspricht also einem Portionspreis von gerade einmal 65 Cent. Auch deswegen ist das Meta-X wirklich für mich instant zu meinem Lieblingsprodukt von Vayu geworden und ich plane es auch nach meiner Diät weiter einzusetzen. In erster Linie dann in seiner Rolle als sehr koffeineffizienten Booster. Die Diet Support Produkte von HPN, die haben in letzter Zeit auch große Wellen geschlagen und es wurde vielfach unter meinen Videos gefordert, dass ich mir auch die mal etwas genauer anschauen soll. Genauer bieten sie gleich drei Produkte an. Der Heat und der limitierte DNF, kurz für Do Not Fail. Die arbeiten dabei mit Koffein und der Ignite, der ist koffeinfrei. Und genau aus diesem Grund war der Ignite auch das Produkt, auf das ich mich fokussiert und über mehrere Wochen wirklich täglich eingenommen habe. Und tatsächlich ist dessen Wirkung im Vergleich zu den anderen noch mal echt herausgestochen. In Sachen Energieschub würde ich ihn in etwa zwischen dem ESN-Produkt und dem Produkt von Vayu einordnen. Aber besonders krass ist hier der Effekt, wie der Körper plötzlich in völliger Ruhe anfängt, einfach mehr zu arbeiten. Circa zwei Stunden, nachdem ich die Kapseln eingenommen habe, fängt mein Körper plötzlich extrem an zu schwitzen. Und normalerweise bin ich echt nicht der Typ, der extrem viel schwitzt. Ich habe sogar einmal im Sportunterricht die schlechtere Note bekommen, weil mein Sportlehrer dachte, ich würde mich nicht anstrengen, eben weil ich nicht geschwitzt habe. Aber mit dem Ignite habe es sogar ich so ausgesehen. Sogar die Nase fängt an zu laufen und auch der Speichelfluss nimmt zu. Wenn man mal auf die Inhaltsstoffe schaut, dann findet man da aber auch Zutaten, die so in keinem anderen Produkt vertreten sind. Und genau deswegen habe ich dann auch mal den Alex von HPN angehauen, damit der uns kurz erklärt, was denn bei seinem Ignite so Phase ist. Ich bin hier, um ein bisschen was zum Ignite zu sagen. Denn der Ignite ist vollkommen anders als ein normaler Fettburner. Er funktioniert komplett ohne Stimulantien und hat halt Pathways, die sonst so nicht angesprochen werden. Wir haben vor allen Dingen alles drin, was weißes Fett in braunes Fett umwandelt. Dazu eine Menge, was euren Blutzucker stabilisiert als auch drückt. Plus so Dinge wie Pro-GBB, die euren eigenen Carnitinspiegel ansteigen lassen. Das gekoppelt untereinander mit einer wunderschönen Synergie. Führt dann dazu, dass eure Thermogenese auch etwas durch die Decke geht und ihr, ich will nicht sagen extrem schwitzt, aber es ist eher so, dass ihr in Richtung Schwimmbad im Gym geht. Und die meisten Kundenfeedbacks sind so, dass sie sagen, mir wird verdammt warm und dann wird mir ein bisschen kalt und dann wird mir wieder warm und dann wird mir wieder ein bisschen kalt. Also so Kalt, Schweiß und Co. sind bei dem Ignite vorprogrammiert. Der ist so gesehen auch in sich halt speziell. Du wolltest mit Absicht, wie gesagt, einen Fettburner haben, der nicht auf Stimulanz und Basis ist, dass man ihn auch nehmen kann, wenn man am Abend mal spät trainieren geht und trotzdem ein bisschen die Lipolyse anregen möchte. Und für alle Leute, die ein bisschen heiter gesotten sind, hart gesotten eher, die können gerne mal den Heat oder den DNF ausprobieren. Die sind aber, explizit der DNF, eher in Richtung Hardcore-Fettburner zu verbuchen. Da ist drei bis vier Wochen, kann man das Ding nehmen und danach geht es dir gut an die Substanz. Aber das ist ja das Ziel bei einem Stimulanz-Fettburner. Der wirkt auch in dieselbe Richtung, also auch weißes Fett in braunes Fett umwandeln, aber auch vor allen Dingen, ja, Metabolismus auch durch Stimulanz hin anregen. In dem Sinne, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen was zum Ignite sagen. Würde mich freuen, wenn ihr ihn ausprobiert. Schreibt mir gerne Kundenfeedback dazu und wünsche in dem Sinne noch ein sehr gutes restliches Video. Es hat also wenig Sinn, diese ganzen Meta-Supplements alle über einen Kamm zu scheren. Es gibt untereinander nicht nur bessere und schlechtere Produkte, sondern auch die Wirkung, die kann extrem unterschiedlich ausfallen. Und genau deswegen spielt es bei diesen Produkten eine nochmal etwas wichtigere Rolle als sonst, dass man sich vor der Einnahme erstmal ein bisschen mit den Produkten beschäftigt und lernt, sie richtig einzusetzen. Tut man aber genau das, dann kann man sich eine Diät damit tatsächlich leichter als auch effizienter gestalten.